Hi ihr Lieben, schönes, seid ihr wieder dabei, seid bei Mein Weg zu Bio. Ich freue mich riesig, euch mal zu begrüßen. Wir haben gestern, wir lesen jeden Morgen eine Adventsgeschichte mit den Kindern und da steht ja immer so schön unten, noch Tage bis Weihnachten. Gestern habe ich dann gelesen, noch 15 Tage bis Weihnachten, haben wir doch, oh mein Gott, oh je, 15 Tage, wow, noch kein Geschenk. Ja, keine Geschenk, Idee und kein Geschenk. Das war gestern, heute bin ich schon einen Schritt weiter, ich habe eine Idee, noch immer kein Geschenk, aber ich habe Ideen. Also besser gesagt, Andi und ich haben Ideen, wir haben gemeinsam überlegt. Es ist gar nicht so einfach, für Kinder was zu finden, die sich eigentlich nichts wünschen, die irgendwie auch eigentlich alles haben und irgendwie man ihnen nur doch was schenken will. Klar, also wir leben ganz minimalistisch, wir sind ja auch wirklich gerade am Mini-Mini-Mini-Minimalisieren. Ich werde euch auch die nächsten Wochen mal irgendwann durch unsere Wohnung führen, wenn sie soweit Vorzeige fähig ist, um euch zu zeigen, wie wenig wir eigentlich noch haben. Ihr hört vielleicht sogar so ein bisschen dieser Raum, der halt jetzt auch schon, dass es uns jetzt schon ein paar Mal in Freuern begegnet. Ja gut, jetzt minimalisieren wir mit den Kindern, aber natürlich ist trotzdem Weihnachten. Wir finden auch den Geist von Weihnachten total schön, dieses Abends zusammensitzen und vor allem einfach den ganzen Abend nur Zeit für die Kinder nehmen und spielen mit den Kindern. Das macht Andi und mir total Spaß, das machen wir echt wirklich gern. Wir nehmen uns einfach richtig die Zeit und spielen ganz lange mit den Kindern. Und ja, es gehört halt auch einfach irgendwie dazu, das schenken. Jetzt haben wir uns einfach Gedanken gemacht. Also vorweg, unsere Kinder wünschen sich wirklich gar nichts, bis auf unsere mittlere, die Lena, die hat sich mal ein Fahrrad gewünscht. Das war letztes Monat, weil die hat ein vererbtes Fahrrad, das wir schön angemahlen haben, aber das hat leider einfach nicht mehr funktioniert. Also das hat wirklich, das funktioniert einfach nicht mehr. Deswegen wünscht sich natürlich jetzt auch so ein tolles Mountainbike, wie alle ihre Freundinnen. Mal gucken, ich denke, ob der Wunsch in Erfüllung geht, rate ich natürlich noch nicht, weil die Kinder gucken auch manchmal die Videos. Sonst haben sie keine Wünsche. Ich meine, der Jüngste, gut, der ist zweieinhalb, der weiß sowieso noch nicht, was das alles heißt. Und die Große, die ist einfach auch wünschlos glücklich, die hat alles, was sie braucht. Ja, jetzt ist die, jetzt finde ich die Anforderung total schwer und auch Angegitzel, wobei Männer da wahrscheinlich noch ein bisschen, mei, ist halt so, sind. Aber ich finde die Anforderung total schwer, was zu finden, was uns nicht wieder hier einen Haufen Zeug bringt, das uns belastet, was kreativ für die Kinder ist, was gut für die Umwelt ist, was natürlich auch gut für die Kinder ist, insofern auch Umweltbelastungen, was die Natur nicht noch mehr belastet. Und da haben wir jetzt unsere ganz eigenen, sowieso, wenn wir Geschenke schenken, haben wir so unsere ganz eigene Vorgehensweise. Zum einen kaufen wir wirklich alles gebraucht. Also wir versuchen es zumindest. Es gibt Dinge, die sind gebraucht, kaum zu erhalten, weil sie einfach wirklich so wertvoll sind, dass sie jemandem nicht mehr hergeben will oder weil sie so selten auch sind. Dann kaufen wir mal was Neues, aber ansonsten ist fast alles gebraucht am Markt, erhält sich und zum Teil wirklich auch noch echt gut erhalten, weil einfach Kinder, ja, ihr wisst ja, wie Kinder sind. Spielsachen sind toll, oh, neu, drei Wochen lang, das ist das Spannendste auf der Welt und auf einmal ist das uninteressant und liegt in der Ecke. Kennt bestimmt jeder. So ist es bei uns, so ist es bei ganz vielen anderen Haushalten und das darf man sich zu Nutzen machen, indem man Gebrauch kauft. Man kann auch ganz toll tauschen übrigens mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Man kann auch in E-Bail-Kleinanzeigen mal Tauschanzeigen stellen, gegen Spielzeug zu tauschen. Wie gesagt, das Zeug ist manchmal vielleicht schon ein bisschen abgenutzt. Das kann man den Kindern dann auch sagen, dass es gebraucht ist. Aber den Kindern selber fällt das eigentlich gar nicht so auf. Das sind wir mehr die Erwachsenen, die ihnen das auch sind. Das ist das Erste, wir kaufen es wirklich gebraucht. Und zum Zweiten ist, wir versuchen das Ganze bewusst einzukaufen und darüber nachzudenken, was kaufen wir. Unsere Kinder sehen wenig Werbung, sie gucken kein normales Fernsehen, sie gucken, wir hören eigentlich kein Radio und sie sind auf einer freien Schule. Sie kommen weniger mit diesen ganzen Alltagsspielzeugen, diesem ganzen, was so trendig ist, in Berührung. Gibt es auch, ganz klar, aber nicht so massiv wie bei anderen Kindern. Deswegen haben sie vielleicht auch weniger Wünsche. Wir gehen nun mal auch nicht in Supermärkte, also von daher kriegen sie das wahrscheinlich auch nicht mit. Aber was natürlich ist, immer mal wieder flattert doch so ein Spielzeugkatalog, wie auch immer ins Haus. Also auch vor Weihnachten sind wir nicht davor gefeiert, es kommt auch zu uns der Spielzeugkatalog. Und unsere Kinder waren letzten Monat auch ganz fleißig und emsig und haben alles ausgeschnitten und aufgeklebt und seitenweise, aber eigentlich nur, weil sie es gern macht. Also die Große vor allem schneidet gern aus und klebt gern auf und sucht sich da was aus, hat sie aber schon lange wieder vergessen, was sie sich da gewünscht hat. Und in konventionellen Spielzeugläden gehe ich auch relativ ungern, aber ich finde, es gibt viel Schmarrn, wie man bayerisch sagt. Und das braucht es nicht, aber es gibt natürlich auch tolle Dinge, wenn man mal ein bisschen guckt. Und dann versuchen wir einfach so zu kaufen, dass das Zeug nochmal später auch einen Zweck erfüllt. Also nach diesen drei Wochen, wow, juhu, neue Spielzeug, vielleicht auch noch interessant ist. Da gibt es zum Beispiel ganz toll die Firma Grimms, die ja ihre Sachen auch naturbelassen anmalt. Also das ist auch wirklich zum Anschauen, schön zum Fühlen, schön. Grimms lieben wir, da gibt es diese Regenbogen, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen bei unserem Kinderzimmer-Video, stellen wir es auch vor. Und Grimms hat auch ganz tolle Legepuzzle. Und was die jetzt, was wir jetzt entdeckt haben, was wir auch ganz toll haben, sind so Magnetspiele. Und das Zeug ist zum einen wahnsinnig wertvoll, finde ich, für die Kinder, für alle Sinne. Und zum anderen macht es aber auch wirklich einfach Spaß. Und zum Beispiel gibt es auch, wir haben dem jüngsten Mal zum ersten Geburtstag so Stapelkisten geschenkt von Grimms. Die kann man einfach für alles nehmen. Da kann man ein Puppenhaus drauf bauen. Die sind so groß, dass man da Kastanien sortieren kann oder dass man die, ich weiß nicht, ins Schloss mit einbauen kann. Also die werden einfach immer wieder für irgendwas verwendet. Zum Kochen, die Kinder nehmen die einfach für alles. Also wird kaum ein Turm damit gebaut, sie werden einfach für alles verwendet. Ja, und die sind übrigens auch noch Grimmsspielzeug, finde ich, ist in der Wohnung auch noch sehr dekorativ, weil es so schön bunt ist. Mag ich ja, mag ich gerne. Und was wir jetzt zum Beispiel auch entdeckt haben, das ist die Firma Nick. Die stellt Holzlaster her, weil unser Jüngster, der steht wahnsinnig auf Autos und Lastwägen und Kran und Packer, was halt Jungs so mögen. Und die haben zum Beispiel, das habe ich jetzt auch entdeckt, ein Holzlaster, wo man hinten die Teile abnehmen kann. Man kann dann einen Laster, einen Bus, einen Bagger, ein Auto und so weiter draus machen. Also das heißt, das wird immer wieder verwendet werden, hoffe ich. Ob es dann so ist, weiß ich nicht. Aber ich hoffe halt einfach, dass es immer mal wieder verwendet werden kann. Man kann da Feuerwehraufsatz, Polizeiaufsatz, also ein Auto, verschiedene Aufsätze und damit den kann man dann spielen. Ja, so was meine ich. So multifunktionelle Werkzeuge. So multifunktionelle Spielzeuge, die später dann auch noch interessant sind beziehungsweise umfunktioniert werden können. Das ist das, was mich bei Playmobil und Co. so ein bisschen stört. Unsere Kinder lieben natürlich auch diese Playmobil-Sachen, aber die kommen, werden aufgebaut und dann stehen die da. Es gibt Kinder, ich habe gehört, es gibt Kinder, die damit gerne spielen. Unsere nicht. Die mögen vielleicht auch die klassischen Rollenspiele nicht so gern, aber das ist das, was mich am Playmobil so stört. Man kann halt damit jetzt nur Zirkus spielen. Also die Kreativität geht da eigentlich schon ein bisschen flöten und da sind össes Plastik. Und es ist unglaublich viel Kleinzeug, das in der Wohnung rumfliegt. Das ist eigentlich das Schlimmste. Genau, aber was neben diesen zwei Dingen, also dieses Gebraucht- und es soll noch eine Funktion haben, ist auch das dritte, es muss auch wirklich noch Spaß machen und es muss auch für die Kinder passen. Also wenn jetzt eins unserer Kinder sich zum aller, 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 allerliebsten wünschen, ein Playmobil-Zirkus, dann würden wir den auch kaufen. Gibt es gebraucht, auch ganz toll. Und es ist Plastik, es sind viele Kleinteile, es liegt drum, aber wenn das in ihr allergrößter Wunsch ist und sie sich diese Monate wünschen, dann möchten wir diesem Wunsch auch nachgehen und in den Äpfeln. Entgegen aller, jeglicher Vernunft würden wir das, oder machen wir das so. Weil es halt einfach auch die Kinder, man kann es ihnen, also wir erklären, wir, nee, wir leben es ihnen vor, wir erklären ihnen immer wieder, warum wir das machen, warum es bei uns kein Plastik gibt und so viele Kleinteile, aber eine Sechsjährige versteht das jetzt auch noch nicht so und denkt sich, aber meine Freunde haben den Playmobil-Zirkus, warum ich nicht? Deswegen kriegt die dann auch den Playmobil-Zirkus. Also wir hatten das schon mal, da war unsere große Pia, die hat dann diesen Playmobil-Zirkus bekommen und inzwischen, der kam dann in die Kiste, im Keller, weil der wurde natürlich interessant, inzwischen haben wir ihn wieder verkauft, das war für sie in Ordnung, sie hat das Geld gekriegt, ja, war auch, war für sie okay und wir haben es wieder dem Kreislauf der gebrauchten Spielsachen zugeführt. Das ist einfach so diesen Spaß verlieren, also wir wollen nicht dogmatisch sein, das ist uns ganz wichtig, auch den Kindern gegenüber, weil die Kinder halt auch Persönlichkeiten sind und Wünsche haben und sie sehen es von anderen und wenn es jetzt nicht so ein ganz großes, also irgendwas ist, wo ich die Gesundheit in Gefahr sehe oder sonstiges, dann würden wir dem auch nachgehen. Ja, genau und jetzt gehe ich mal suchen, wo wir unsere Weihnachtsgeschenke noch finden, damit wir die noch rechtzeitig bekommen. Ich habe schon ein paar Sachen entdeckt und wünsche euch ganz viel Spaß in der Adventszeit. Lasst es euch nicht stressen, das ist einfach das Wichtigste, das soll Spaß machen. Ja, Tschüss!